Der FC Kalle wird deutscher Meister und nächstes Jahr in Liga 1. Wir fahren nach Bochum, wir fahren nach Dortmund und in Bayern werden wir in die Donau springen. Einfach Wahnsinn. Erste Liga, wir bleiben drin. Einfach klasse. Der FC hat heute gezeigt, dass sie es auch verdient haben, völlig verdient haben, in der ersten Liga weiterhin spielen zu dürfen. Also was die gemacht haben, waren Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also 5 zu 1 hieß es am Ende zwischen Köln und Holstein Kiel. In der Tordifferenz war es 5 zu 2. Also in dem Fall, wenn man Hin- und Rückspiel noch betrachtet. Also ja, ich war eigentlich schon fast mit dem Gedanken abgeschlossen in dem Fall, ja, 2. Liga nächstes Jahr zu sehen. Und dann haut der FC da ein Feuerwerk der guten Laune raus. Also wirklich ein Feuerwerk. Das war wirklich Wahnsinn. Mein gut, klar, das 1-1 war schon wieder typisch FC so, ne? Da schießt du in der dritten Minute das Tor und in der vierten Minute kriegst du das Gegentor. Aber einfach Wahnsinn, auch wie der FC... Also ganz ehrlich, da fragt man sich als FC-Fan schon manchmal, warum nicht gleich so? Ja, also wie die gekämpft haben, gebissen, genau das, was wir die ganze Zeit gepredigt haben. Beißen, fressen, also wirklich Wahnsinn. Ja, und ich hatte das erste Mal wirklich richtig, richtig viel Spaß bei diesem Spiel. Ich hatte richtig viel Spaß. Ja, und ja, wie gesagt, war einfach Wahnsinn. 5-1. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal 5-1 gewonnen haben. Und ja, wie gesagt, das Hinspiel noch 1-0 verloren. So ganz knapp und ärgerlich eigentlich. Also es war echt Wahnsinn, dass wir es noch geschafft haben. Und ja, wie gesagt, jetzt Bundesliga. Ganz, ganz wichtig, dass wir es geschafft haben. Und ja, jetzt ist erstmal Sommerpause. Die haben die Jungs jetzt auch verdient, nachdem wir das Ziel, dank Friedhelm. Also auch nochmal Friedhelm, danke, danke, danke. Ich glaube, mit Kistel hätten wir es nicht geschafft. Aber weiß man auch nicht, kann man auch nicht sagen. Aber wirklich, Friedhelm, also eine Statue wird schon angefertigt für dich, die dann am Stadion zu sehen sein wird. Also wirklich Wahnsinn. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, dass wir es schaffen. Nach dem Hinspiel war ich so enttäuscht von der Leistung. Wir haben 1-0 hinten gelegen oder haben auch 1-0 verloren. Und ich dachte, nee, das schaffen wir nicht mehr. Und das heute, wie gesagt, da habt ihr mich einfach positiv überrascht. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht wie möglich gehalten. Und Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, den Urlaub haben die Jungs sich jetzt wirklich verdient. Und dann müssen wir wirklich auch was tun. Zumindest auch im Sturm. Auch wenn wir heute 5-1 gewonnen haben. Klingt eigentlich doof. Du gewinnst 5-1 und sagst, wir müssen jetzt zuerst was im Sturm tun. Aber es ist so. Du musst jetzt erstmal was im Sturm machen. Denn wie gesagt, Anderson ist kein Schlechter. Hat man heute auch wieder gesehen. Doppelpack hätte rein theoretisch auch seinen Dreierpack machen können. Also wirklich eine klasse Mannschaftsleistung war es auch heute. Und deswegen. Es war einfach ein überragendes Spiel vom 1. FC Köln heute. Und deswegen ist auch der FC völlig verdient. Zumindest wenn man es heute sieht, das Spiel. Völlig verdient auch in der Liga geblieben. Für die Kieler tut es mir natürlich leid. Weil, ja, waren ja schon, waren auch Fans im Stadion. Und man hatte schon die Schals mit 1. Liga und T-Shirts mit 1. Liga. Es sah eigentlich auch alles danach aus, dass die Kieler aufsteigen. Aber am Ende, wie wir Kölner halt sind. Wir versauen halt gerne die Party. Und machen dann eine eigene Party draus. Aber, wie gesagt, ich freue mich einfach mega, dass wir es geschafft haben. Und, ja, jetzt Sommerpause und dann, wie gesagt, Neustart. Denn noch in so einer Saison werden wir es nicht mehr schaffen. Das sage ich so, wie es ist. Wenn wir noch mal so eine Saison spielen, dann werden wir das nicht mehr schaffen. So. Also deswegen. Nächste Saison muss auf jeden Fall besser werden. Und auch spielerisch. Und auch vom Transfer mäßig müssen wir jetzt mal schauen, wen wir neu dazuholen. Wer Sinn macht und wer auch, ja, eine Verstärkung für den Kader wäre. Wir haben viele Leute dazugeholt, die keine Verstärkung waren. Also von daher muss man da auf jeden Fall aufräumen. Und dann, ja, wie gesagt, und dann heißt es wirklich Gas geben in der Liga 1 2021-2022. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Feiert noch schön. Und danke übrigens auch an 300 Abonnenten. Vielen, vielen lieben Dank und bis dahin macht's gut. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da werdet ihr noch ein bisschen was von meinem Feiern mäßig sehen. Und, ja, bis dahin macht's gut und ciao. Euer Niklas.